Flavius Bautho war ein spätantiker römischer Herrmeister. Bautho war fränkischer Herkunft und wuchs östlich des Rheins auf, also in einem nicht von den Römern okkupierten Gebiet Germaniens. Er trat in die römische Armee ein und wurde 380 von Kaiser Gräschen zum Magister Militum ernannt. Gräschen schickte ihn dem Kaiser im Osten, Theodosius I., zur Unterstützung. Bautho war in den folgenden Jahren neben dem Bischof Ambrosius von Mailand, der ihn mehrmals erwähnt, der wesentliche Berater des Kaisers Valentinian II., der nach der Ermordung Gräschens 383 im Westen herrschte. Im Jahr 383 schlug Bautho die nach Rätin eingefallenen Schattungen zurück und soll gegen den Usopator Magnus Maximus mehrere barbaren Stämme mobilisiert haben. Obwohl Bautho einheide und mit Quintus Aurelius Simachus bekannt war, unterstützte er 384 im Streit um den Viktoria-Altar die Ablehnung einer Petition heidnischer Senatoren durch Kaiser Valentinian II. 385 bekleidete Bautho zusammen mit dem ältesten Sohn des Theodosius, dem späteren oströmischen Kaiser Arkadius, das Konsulat. In den Quellen werden Bautho's militärische Fähigkeiten gelobt, außerdem soll er ein immenses Vermögen angehäuft haben. Angeblich war Bautho der Vater des Herrmeisters Abogast, was aber eher unwahrscheinlich ist. Bautho's Tochter, die hochgebildete Aelia Oedocche, heiratete 395 Kaiser Arkadius. Bautho's Tochter, die hochgebildete Aelia Oedocche.